Wunderschön! Guten Morgen! Heute ist Montag, der 10. Dezember. Ich habe gestern meine Kamera nicht gefunden, hatte dann mit dem Handy aufgenommen und habe jetzt aber gedacht, ich lade das jetzt nicht mehr hoch, weil es ging irgendwie mit meinem E-Mail-Programm nicht vom Handy. Aber ich zeige euch jetzt, was es war. Gestern waren diese Bandagen von HKM drin. Die haben hier so auf dem Klettverschluss, da glitzert ein bisschen in Silber. Und wie nennt man das? Der Rand ist mit so einem Saum in verschiedenen Farben abgenäht. Genau. Und sie sind in einem Blauton. Ich glaube, ich hätte reingeschrieben, dass ich keine Bandagen und keine Schabracken möchte. Aber die bringe ich schon irgendwie unter die Leute. So, und jetzt mal gucken, was im 10. Türchen drin ist. Undefinierbar. ich hätte jetzt gesagt Mähn-Gummis. Aber jetzt mal schauen. Äh. Was ist das? Ähm, es sind auf jeden Fall Mähn- oder Schweifgummis. Ich hätte angegeben, dass ich ein schwarzes Pferd habe. Die sind jetzt braun. Ähm, Magic. Okay. Ähm, witzig. Da Lana hat fast keine Mähne. So ein bis drei Haare am Schopf. Und ja gut, ihr Schweif ist ganz gut. Aber ich schätze mal, Oli kann das vielleicht ganz gut gebrauchen. Vor allem, weil auch die Farbe ganz toll ist. Ähm, witzig. Ja, also, ja gut, aber mir selbst könnte ich die Haare so machen, ne? Naja. In diesem Sinne, startet alle gut in die Woche. Und wir hören uns morgen.